Jo, da sind wir wieder. Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Infamous Second Son. Wir machen heute weiter mit dieser Eroberung hier von diesem Marktplatz. Also wir müssen ja die Dings erholen. Ich weiß von nichts. Oh, ein Raketenfuzzi. Den machen wir mal kurz eben zu Kleinholz. Wie mögen die uns gerade nicht, habe ich das Gefühl. Irgendwie haben die gerade so ein bisschen Problemchen mit uns. Wo sind die denn immer? Sind die oben auf der Brücke oder? Ach, da oben sind die wahrscheinlich. So, mal kurz in diesen Schutzpunkt da ausschalten. Na, ihr werdet nicht sterben, keine Sorge. Haua. Haua. Den kann ich mir wieder aufladen. So, machen wir das noch mal kurz. So, und weiter geht die Reise hier über den Marktplatz. Also ich muss immer mal wieder rausgehen aus der Lücke, aus der, äh, aus der Gruppe hier. So, ein paar Feinden haben wir noch. Also viele sind es jetzt ja irgendwie auch nicht mehr. So, die beiden sind weg. So, jetzt hoffe ich, dass wir alle gleich durch haben, oder was? Haben wir sie alle oder kommt da noch irgendwer? Hm. Boah. Nein. Ent Ich kommerea. so besiegt das war die kommando zentrale mobile dupy kommen mann und zentral ist verstärkt viertelbelohnung market district die mission jetzt verfügbar abkarte angezeigte explosionsschirm market district wie es worden punkt freigeschaltet der kam von dem freihof market ist wie gerade erst angefangen für sie den dupy truppen befestigung und der überwachungsausdruck genug schaden zu und viertelfinale kam zu provisieren beseitigt das dupy um menschenreise ziel im market das tick zu halten ja immer weg jetzt kommt mal die ganzen scherben hier weil die linie warum das sind die ganzen explosionsscherben wo liegt denn die eine ich sehe die jetzt gerade nicht auf die dach da oben 52 prozent ah ja und darum ist noch eine und 50 prozent so dann holen wir uns jetzt das spray hier ich will sich wieder hochsetzen weil dort kann ich spreche ich sitze mal natürlich vorm fernseher ja das schütze mal wir wollen ja hier unser zeichen sitzen die leute das dürfte eine laufende dupy einheit sein ja so ein paar kleine verbesserung macht auch nicht schlecht ich habe laut kunst abgeschlossen aber wir haben nur noch 43 prozent cool vielleicht kommen wir sogar in dieser folge den boss machen die drohen hier oben so was haben wir denn noch schönes hier ist eine kamera ne warte mal hier ist eine audioaufzeichnung die ist gar nicht mehr so weit weg die nehme ich mir nämlich direkt mit oh kollegen ich helfe die helfe mal kurz auf komm ah ja hier so kletterung auf das gebäude hallo schnitz so die drohne ist down und plötzlich hat die stadt nur noch 42 prozent bis sie will begin okay okay Was ist denn dahinter, oder was? Lass mich doch, ich muss jetzt, echt jetzt! Da war's! Okay, das war jetzt nicht unbedingt etwas, um jetzt die DUP schon zu klein als war, aber das heißt, wir haben noch hier auf jeden Fall eine Kamera. Und einen Agenten. Okay. Come on. So. Hier unten wahrscheinlich. Das ist ja eine Überraschung. Todverdichtet. Okay, ich frage mich, jetzt komme ich da so einfach jetzt hoch. Da sind überall nur Dächer. Ach, leg mich doch. Ja. Komme ich nicht hoch. Okay. Okay. Nach... Wir sehen die Drohnen hin. Die flattert doch hier irgendwo da unten. Jetzt hab ich sie. Sehr nützlich. 33 Prozent. Wir bräuchten also nicht mehr viel zu machen, um den Boss herauszufordern schon. Da ist die Kamera. So, die Frage ist, sie ist hinter mir also. So, wo ist denn die? Das steht direkt davor. Die müssen hier irgendwo sein. Da ist sie. Hab sie. Viertel-Finalkampfmission ist jetzt verfügbar, liebe Leute. Also, wir können tatsächlich jetzt schon das Viertel obern. Da schlägt noch gerade so ein... Noch einheiten. Und sonst haben wir ja nichts mehr außer die Drohnen. Aber die flattert dann immer mal wieder hier rum. Deswegen ist es halt so. Nächste wäre ja hier dieses Gebiet, dieses George Town. Aber ich will jetzt mal den Markettestwick fertig machen. Ich mach noch schnell den... Agenten. Und dann kümmere ich mich an den Boss. Mal gucken, was sie dann haben. Letztes Mal war ja ein Heli. Ja. So, der Chinese mit der Mütze und dem blauen Anzug. Also, dem, ich kann mich ja da die nicht irgendwie da... Da biss es nicht. Hm. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, super. Und jetzt liegt die scheiß Drohne da oben, oder was? Leck mich doch. Ich wollte die Drohne schneller mitnehmen. Wenn man was heißt, wie ihr. Nur noch 17% hat diese Stadt, liebe Leute. Und wir können ja theoretisch jetzt schon den Bosskampf machen. Das habe ich ja gesagt, das machen wir jetzt auch direkt. Deswegen holen wir uns jetzt den Boss. Dann haben wir Market, deswegen haben wir schon das dritte Gebiet befreit. Nachdem, wie viel da jetzt noch. Den lassen wir jetzt gerade mal wiederholen. Guck mal, wie die einfach geht. So, ich mach mal kurz noch ein bisschen auffüllen. Die Typen, den interessiert uns gar nicht zu interessieren. Ja, das ist super. Das ist nett. Dankeschön. Wir arbeiten jetzt gerade ein bisschen weiter. Oh, Entschuldigung. Das war keine Absicht. Ab. Hey, die Pizza stört. So. Wir sind wieder dran, jedes Mal. Wenn Sie wegschauen, schläft noch ein Mal wieder nach. So. Wir müssen von diesen vollsparten verrecken. Mein Gott, macht das so? Ah, hier waren wir ja schon. Das kennen wir ja, das Gebiet. Da haben wir ja... Hier haben wir ja ein bisschen aufgeräumt. Wo die Frage ist, wo ist der Boss? Ist der da oben, oder was? Wo holen wir uns den Boss denn? Nicht? Vision beginnen. Oh, ihr treibt sich so ein elender Bioterrorist rum, der ihre Reklame-Tafel mit ganz fantastischen, äh, ich meine, fürchterlichen Bildern beschmiert. Ich fürchte, das wird zum Trend. Wir kümmern uns sofort darum. Ja, das wäre nett. Da hinten sind die. Ja, ihr scheint wohl echt ein Problem zu haben in mir, hä? Na, komm mal runter, ihr Vollidoten. Okay, das sind ein paar mehr. Ja, super. Ah, lass mich zur Ruhe. Ja, aber, hallo. Ach, du Vollidiot. So welche sind das. So, erster Tod. Kriegst du tot? Sind ein paar von denen jetzt. Jetzt verstehe ich gerade, was das für Typen sind. Wie viele haben wir denn noch? 1, 2, 4, 5. Okay. Machbar. Kommt ihr her, oder kommt ihr, soll ich runterkommen? Ach, sind oben die normale ADP-Einheiten. Okay, das ist machbar. So, der ist tot. So, kaputt. Und der kommt noch 2 fehlen. Kommt her, ihr Leute. So, du bist down. Feierabend. Welche Weicheier. Drei Leute oder so, die sich ergeben haben. Viertelfinale, äh, Viertelfinalkampf abgeschlossen. Viertelbelohnung, markt es für die Schallereise zu. Die individuelle Geladenjacke. Jetzt verfügbar. Marke, das wird jetzt frei von Diop-Patrouillen. Wann nehmen Sie die Kontrolle weiter für die Schallereise-Netzwerk auszuweiten? Gott, dann haben wir das auch alli nicht. Da hinten wäre nochmal. Hör mal. So, einmal kurz weg zu gut, äh, wenn wir siegen. Und hier muss irgendwo der Drogen-Ding sein. Da ist es. Und dafür verballere ich jetzt die Rakete. Mein Gott, welche eine Überraschung, hä? Ach, da oben. Okay. Er hat es eigentlich nicht anders verdient. Aber wir holen uns dann den kurz. Gut, dann, was das mit, ähm, mit, äh, so, wir haben sonst keine Gebiete, wo wirklich alles auf 0% ist, ne? Das ist wohl das Böse hier, das absolute Böse. Das Effizientrum. Aber, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Naja gut, die ganzen Dinger da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen platt machen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, das erste, nächste Viertel, werden wir dann wahrscheinlich hier anfangen anzunehmen. Dann kann ich jetzt auch Hochkreider, äh, retten, reiten, wie auch immer. Ich weiß, wie das meine. So, schnelle Reise und dann hüpfen wir mal, äh, da oben. Reisen nach Queen Anne. Gut. Dann war es das mit Queen Anne. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play, ähm, Infamous Second Son. Tschüss.